Die Orgel in der Wallfahrtskirche St. Antonius in Riez wurde über die letzten Monate komplett restauriert. Hier im Video gut zu sehen, aus wie vielen Einzelteilen dieses Instrument besteht. Viele Elemente der alten Orgel waren fast komplett von Würmern zerfressen. Auch deshalb kostete die Restauration ca. 190.000 Euro. Wer den Klang der neuen Orgel begutachten will, kann ab 28. April in die Pfarrkirche St. Antonius in Riez kommen, wo die Orgel regelmäßig im Rahmen der Messe erklingt. Am 19. Juni findet dann die große Orgelweihe mit Bischof Hermann Glättler statt. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf www.meinbezirk.at. Im Anschluss hören Sie noch Es wird schon gleich gespielt von Stiftskapellmeister des Stiftes Wilten, Joachim Mayer. 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 Stiftskapellmeister des Stiftes Wilten, Joachim Mayer.